Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, als Mitglied des Kulturausschusses möchte ich Ihnen nur kurz einen Actionfilm empfehlen. Er heißt Collateral Murder, dauert 38 Minuten und steht auf YouTube. Produziert wurde er von der US-Armee. Veröffentlicht hat ihn der Wikileaks-Vertrieb von Julian Assange. Zu sehen ist, wie US-Soldaten von Hubschraubern aus in einem Vorort von Bagdad diverse Zivilisten erschießen, darunter Reuters, Journalisten und Kinder. Und wie die Schützen sich dabei köstlich amüsieren. Der Mann, der 2010 diese Bilder und das zugrunde liegende Verbrechen publik gemacht hat, droht jetzt an die Leute ausgeliefert zu werden, die es leugnen und verschleiern. Liebe Kollegen, vor ein paar Wochen haben wir uns mit dem Rat auf Regeln für den Schutz von Whistleblowern geeinigt, die Verstöße gegen das EU-Recht aufdecken. Meines Erachtens ist es EU-rechtswidrig, zum Spaß Leute umzunieten. Und noch ein Wort an die Briten, die ja nun wohl bis Halloween zur EU gehören. Wenn ihr Julian Assange an die USA ausliefert, dann könnt ihr euren dämlichen Brexit sofort haben. Meinetwegen so hart wie möglich.